Was geht ab, ihr Schnüffler da draußen? Willkommen zurück auf der Agro Pontino oder so. Ja, wir quellen uns ja immer noch weiter hier gemütlich durch. Ja, was heißt eigentlich durchquellen? Macht ja eigentlich Spaß, aber bloß wenn es alles wieder so Mist läuft. Egal. Egal. So, er hier. Ich sollte gleich echt mal eine kurze Pause machen mit dem Party, weil, na hä, bofe Gefüge dann mit kleinen Finger, weil die Hand schläft ein. Ja, unser Holz am Länger ist ja auch schon voll. Nein, eigentlich ist der schon voll. Oh, was haben wir noch? Ah, komm, die machen wir hier auch noch eine Hälfte. Oh, wieder zusammen. Ah, die können sich hier auch anstellen. Wir hätten am Anfang doch nicht so viele Bäume. Äh, ach, Alter, setz dich doch nicht daran fest. Sie sagen, wo heute Vietnam am Anfang doch nicht so viele Bäume sägen sollen. Egal. Haben wir jetzt halt. So, da ist er weg, ja. Egal, dann ist das halt allemal so. Da müssen wir die halt wegkloppen. Vor allem, wenn er aber Jahre braucht zum sägen. Und kein Trigger bekommt. Ist so doof, dass der Mars-Bud-Mod einfach nicht angezeigt wird, wie der Funst. Das ist gerade, was ich richtig doof finde. Also, sonst könnten wir es einfach genau machen. Ich glaube, der wird zu lang sein. Es geht. Es geht. Ja, nur erstmal alles hier freimachen. Da haben wir ja noch ein paar Stämme liegen. Okay. Klaas. Ah, dass überall noch die Äste dran sind. Töktisch doof. Ja, kein Bedarf, dass ich gerade Akku aufladen soll. Sind doch noch 20 Prozent, also stellt ihr nicht so an. Schmeißen weg. Erstmal vorne angespitzt. Ja, schmeißen weg. Unser Hack-Schnitzel-Spitzen-Lager. Hm, unser Hack-Schnitzel-Spitzen-Lager. Was für ein Name? Hack-Schnitzel-Spitzen-Lager. Ach, jung. Hallo. Hallo. Lass es doch. Schmeißen einfach die ganze Zeit weg. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Hat man einfach Muskelschwund oder sonstiges, warum du den nicht tragen willst. Das wird dann nämlich auch immer mehr. Aber ich glaube, wir räumen mal wieder ein bisschen weg hier. Äh, der Ding ist nämlich auch bald voll hier. So. So. Fertig. Aus die Maus rums die Bums. Weil, was mir wichtig war, ist erstmal hier die Dinger aus dem Busch rauskriegen. Also, wie geil das wäre, wenn hier die Bäume auf einmal nachwachsen würden, die kleinen Büsche hier sind. Ne, 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 Kollege. Du bremst vor dem Schlammloch diesmal ab. Ich bin echt mal gespannt, wie viel Holz wir hier noch draufkriegen, aber nicht. So. Ja, Maus und Frontlader ist schon so eine Geschichte für sich, ehrlich gesagt. Warte, gleich schon wieder vor dem Schlammloch. Warte mal, irgendeiner war doch hier aufnehmbar. So, weg damit. Alter, irritiert mich die ganze Zeit hier schon gerade. Was eigentlich an und für sich klappt, ist es halt nicht ganz gut, mit dem Frontlader zu arbeiten. Was, Chaos wird schon kleiner. Ist das ja nicht. Unser Anhänger schlimmer, voller. Äh, wir haben zwei 1,2 Mille auf Kontropa, wenn wir nicht mit Kohle heute nach Hause kommen, erschlägt uns die ALD. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Egal. Nicht drüber. Aufregen und gut ist. Ich glaube, der ist voll. Ich habe halt versucht, Loro zu gucken, wie viel man so noch draufkriegt. Ich muss mal wieder mal rausfinden, wo der Abladebereich ist. Was ist für Holz hier, weil ich... Spanisch oder sonstiges so... Kann ich hier nicht. Bleib doch da drauf, du dumme Stück Holz. Reiß nicht den Hänger um, dann ne, Jens, da liegt das Spiel. Ja, mach die Gabel doch einfach gar nicht erst zu. Boah, wenn ihr grad sehen würdet, was ich hier für einen riesen Platz brauche. nur wegen dem scheiß Frontladen und der Maus. Nee. Ja, komm nicht da drüber, will er da rausfallen. Kann man machen. Definitiv. Kann man definitiv machen. Aber auch sein lassen. So, Geräte wechseln. Cool. Und so wie ich mich kenne, werden wir uns gleich erst mal voll hier an dem Pfeiler festfahren. Und so wie ich mich kenne, werden wir uns gleich erst mal voll hier an dem Pfeiler festfahren. Und so weiter den Kran. Den da drauf. Als kleine Sterbenschütze. Spanngurte noch anbringen. Jo. Ach, Leute. Ja. Gabel zu. Vorsichern, aber schwer, dass sie ihn verletzen könnte. Uh. Klappte ja doch. So. Die glorreiche Frage jetzt. Wo kommt das Holz jetzt hin? Äh. Ireria. Äh. Wenn man nicht weiß, was was ist. Korb. Besuchen. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir hier? Hier können wir gar nicht erst rein. Hier sieht's ein bisschen verbuggt aus irgendwie. Hallo? Dann mal wieder ganz schnell da weg. Ja, Karte wird geladen. Lad mal schneller. Äh. Nee. Italia. Okay. Was haben wir hier? Ja, was haben wir denn hier? Irgendeine komische Produktion. Futter. Das ist bestimmt auch Futter. Hier ist ein Shop. Was haben wir hier? Wir suchen. Alter, schon wieder so'n Loch. Was haben wir denn hier? Hä? Milchverkauf. 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 Solidi. Was ist Solidi? Okay. Pickup Liquid Fertilizer. Hier. Okay. Dump Compost. Hier. Boah, Alter ey. Diese scheiße schwulen Bauarbeiter da draußen. Load Fertilizer. Hier. Unload. Deckstate. Hier. Hier. Ja, toll. Wo ist aber das, was ich suche? Butangas. So geht ihm. Oh, echt geil. Ey, hallo Leute. Mach keinen Scheiß hier. So, hier kommen Paletten an. Ja, schön. Passt das hier Ahnung? Huskiano? Keine Ahnung. Ey, das ist doch gerade hier. Ich für'n Arsch. Fieno? Was ist das? Ja, Stroh Heu. Interessiert mich nicht. Oh, hier sind Holzstämme. Unload Logs 4. Okay. Paletten vom Pfeiffer schweben hier auch rum. So. Ja, hier scheint das Sägewerk zu sein. So, und wo sind wir hier? Ach, schön. Ja, aber egal Leute. Dann sag ich mal, wenn's euch gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal wieder an. Also, tschüss. Bis für nächste Mal. Tschau.